Jetzt bei Ihrem Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung. Die Kfz-Versicherung Optimal der Generali. Sie bietet Ihnen hervorragende Sicherheit und ist serienmäßig mit Spitzenleistung ausgestattet. Unsere Leistungsupdate-Garantie bietet Ihnen von Anfang an Zukunft und stets unsere verbesserten Leistungen. Mit dem Schutzbrief bringen wir Sie schnell und zuverlässig wieder in Fahrt, wenn es drauf ankommt. Der Rabattschutz mit SF-Sofortschutz sichert ganz einfach Ihre aktuelle Schadenfreiheitsklasse. Auch schon bei einem Wechsel zu uns. Egal wie viele Schäden Sie uns melden, Ihr Beitrag bleibt stabil. Die Auslandschaden Plus bietet Ihnen im In- und Auslandschutz nach deutschem Recht. Wir kümmern uns. So sind Sie immer und überall mit einem guten Gefühl unterwegs. Unsere erstklassigen Leistungen werden seit Jahren immer wieder ausgezeichnet. Mit der Generali fahren Sie ganz vorn. Egal in welchem Alter. Egal mit welchem Auto. Haben Sie ein Elektroauto mit E-Kennzeichen, bieten wir Ihnen nicht nur maßgeschneiderten Schutz, sondern auch noch einen Nachlass von 10 Prozent. Sind Sie ein Oldtimer-Freund gilt natürlich auch. Wie Ihr Auto, so Sie selbst. In den besten Händen bei der Generali. Aber auch ohne eigenes Auto sind Sie optimal unterwegs. Mit Young & Drive. Mit allen bei der Generali versicherten Autos Ihrer Familie und Freunde. Steigen Sie ein und kommen Sie immer optimal ans Ziel. Mit der hervorragenden Autoversicherung der Generali. Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung. Generali. Aus Versicherung wird Verbesserung.